Hallo und herzlich willkommen zurück bei T-Connect So, dann gucken wir uns hier nochmal um Ich weiss jetzt auch gar nicht Jedes mal Oh, er blockt, okay Ah Das ist praktisch, dass ich ihn mit dem Eis löschen kann Okay Um Soon Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Okay, das geht einfach raus Dann werde ich oben weiter sehen Wenn sie jetzt respawn sind, kann ich sie ja im Notfall umgehen Weil Genau, ich muss hier rein Mit dieser Magie Da oben, okay. Richtig. Das wäre das. Fehlt noch eins. Was wird dann vermutlich in die Richtung sein, ne? Als wir rausgingen, haben wir schon eins aktiviert. Oh. Ich hasse diese Magie, ja. Mal sehen. Oh, wieso hat das nicht funktioniert? Nein. Nee. Es ist verdammt der Magie, ja. Au. Hau ich dich. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Ich habe ihn auch angezündet. Ja, ich sollte irgendwo rasten, wenn es geht. Gut, dass das One-Hit-Gegner sind. Da ist eine Kiste. Wie viel Kohle habe ich jetzt? 1000. Das heißt, ich könnte zu dem Händler da gehen, wenn ich ihn wieder finde. So, ist hier vielleicht ein Speicherpunkt. Ein Feuer. Nein, aber mehr Gegner. Okay, dann gehe ich zurück zum Feuer. Das war nicht weit weg. Am besten die Großen einfrieren. Muss ich kurz überlegen, aber ich glaube der Händler war nicht hier, oder? Der war glaube ich beim anderen Eingang. Ne, ich glaube nicht. Naja, ich werde ihn schon wieder finden. Aber ich bin ja schon gespannt, was schlussendlich herauskommt. Helfen wir jetzt wirklich der Guten, helfen wir der Bösen? Und vor allem, was wird der Endboss? Ja. 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 Einfach nichts mehr. So, always... und du machst eine Abkürzung. Ja, genau Ah, jetzt geht auch die Brücke auf Alles klar Was ist denn hier drüben? Und ich weiß ja jetzt, ich muss da runter Ah, so komme ich zu der Kiste Perfekt Alles klar Dann können wir das große Ding jetzt aktivieren in der Mitte Und das sollte dann alles für die Tür sein Läuft er mich an, wenn ich mich nur hier hinstelle Interessanterweise nicht Ah, jetzt Den eigenen Waffen geschlagen Nice Die ignorieren mich Du nicht, okay Ach, vielleicht bin ich besser Dämliche Magier Und los Das sollte jetzt eigentlich die Tür öffnen, ne? Yes Im Inneren des Ostgewölbes Na, da bin ich jetzt gespannt Da kommt jetzt irgendein Boss, oder? Wirkt so Oh, oh Eine Belagerungsmaschine Ach, du Schande Oh, oh Das war's für heute. Okay. Ja, das war's. Aber könnte ich theoretisch, dass mir jetzt gerade so eingefallen, diese Bomben, die er verschießt, gegen ihn nutzen? Könnte man probieren. Aber, oh Junge, das ist ein Hardcore-Ding. Wo bin ich eigentlich gestorben? Oh, Moment. Moment. Oh, Moment. Haha, einfach nah dranbleiben. Nein, okay das lief schon deutlich besser. Einfach nah dranbleiben. Und ich glaub mehr rollen, ich glaub blocken bringt bei dem Ding gar nicht so viel. Aber das haben wir doch auch im Handbuch irgendwo gesehen oder? Ja hier, aber da fehlt mir irgendwie was. Ja da fehlt 32 und 33, eine Seite fehlt. Das ist zwar unglücklich. Jetzt bleib stehen, verdammt. Ja hier. Ja hier. Ja hier. Ja hier. Ja hier. Haha, falsch nicht. Ach verdammt, ich bin spät. Habe ich noch nicht ganz heraus. Genau und mit denen hier. Und jetzt. Au. Au. Jetzt wird's. Weil das Ding auch nicht stehen bleibt oder zumindest nicht in Reichweite. Oh, da wird der kurz inaktiv. Auch interessant. Nein, das ist immer zu... Das ist immer zu früh. Okay Leute, ähm... Ich weiß nicht, wievielte Versuch das jetzt ist. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich habe fast alle Items verbraucht. Und ich hatte ihn zweimal auf ein, maximal zwei Schläge. Aber die Patterns gegen Ende werden einfach so abartig, dass ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Mal sehen, ob ich es jetzt schürfe. Mal sehen, ob ich es jetzt schürfe. Okay, ich will. Okay,甚麼 ausein. Ich bin fast an. Wah. Ich bin fast an. Ich bin fast an. Ich bin fast. Zwei Flakken. Muss zägen. Ich bin flägest. Ich bin fast verletzt. Ich bin fast an. Ich bin fast an. Lower Becker. Und ich bin fast an. Genau das meine ich mit abartig. Dann habe ich dich. Dann habe ich dich. Das ist doch mega freaky oder? Ich treffe ihn einfach nicht. Das gibt es doch nicht. Na geht doch. Yeah. Ja. Er hat mich noch mehrere Anläufe und fast alle meine Items gekostet. Aber ich habe ihn. Das ist das Wichtigste. Verdammt. Alter. Ist das einer der Schlüssel? Ich nehme es mal an. Puh. Also der Kampf war anstrengend. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Unterm Strich. Egal wie viel ich mich aufrege. Der hat Spaß gemacht. Aber ja. Hat mich fast alle Items gekostet die ich hatte. Ähm. Hier. Nahezu nichts mehr da. So. Wo ich irgendwas anderes mache. Jetzt erstmal speichern. So. Was machst du jetzt? Ich habe ja überrascht. Eine bei uns lassen. Wo bringt es nie. eventually. ило. Ja. Ah, das ist dieser Schlüsselstein, den ich brauche, ne? Würde ich mal sagen. Okay, Leute. Das war genug für heute. Junge, Junge. Was für ein Kampf. Na gut. Wie immer, nicht auf ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.